Willkommen zu einem neuen Video! Und da Among Us es gerade ermöglicht, mit super vielen coolen Leuten zusammen zu spielen, dachte ich mir, muss ich das Ganze festhalten. Denn während ich mit all diesen Leuten zusammen gespielt habe, sind mir doch so einige Arten aufgefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, in welcher Art von Among Us-Spielern du dich wiedererkannt hast oder welche es noch gibt. Vielen Dank an alle Beteiligten, die du unten in der Beschreibung findest. Und jetzt viel Spaß bei dem Video und lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo. Die Petze Guck mal, Ju, Ju, guck mal, Ju, 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 guck mal, guck mal, was ich kann. Warte, Ju. Nein! Saftiges Kno! Saftiges Kno! Ey, Ju, du kleine... Ju, du Schwein! Juggelt Petzen. Oh Gott sei Dank hat jemand gedrückt. Saftiges Kno, saftiges Kno, saftiges Kno, saftiges Kno. Nein, 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 schon wieder. Das gibt es doch nicht. Die Dini zu Wort kommen. Kurze, kurze... Kurze Frage. Dann versuch einmal Public-Weiz zu treten, geh direkt wieder raus und dann komm nochmal, das hat bei uns allen funktioniert. Ja, genau. Aber wie sowas Unglückliches, dass wir uns auf ZEP... Ne, mein Gott, ich bin dran. Wir kommen nämlich gerade auf dem Server, da steht ja die YouTube. Ja, ihr aus dem Public-Lobby. Die unmute. Mikrofon activated. So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal. Flo, ich zeig dir das nochmal. Komm mal her. Flo, komm mal her. Komm mal her. Hier, stell dich mal hier hin. Flo, stellt euch hier hin. Los, ich zeig euch das mal. Den Polster, ich glaub, der ist zu verkrampft. Der wird das nicht lustig sehen. Äh, Gnu, wir hören dich, glaub ich. Wir sind müde. Oh, f***. Nein. Erst klack. Gnu, raus. Raus. Komm, sag die mir nicht eher auf was verdammtes Scheiße. Du hast schon in der Runde davor gewendet. Warte. Und sie hat gesagt, ich stinke. Ey, ich bring euch alle um. So, und soviel dazu, ich bin der Imposter. Ich würde sagen, wir ist der Betan. Ja. Ja. Das ist Jasmin. Was? Das war doch gar nicht mal drauf, oder? War ich nicht gemutet? Nee, was? Oh, das jetzt. Oh, scheiße. Oh, jetzt hab ich mich verraten. Ach, hey, jemini. Die Kartswiper. Hä, was ist los hier? F*** dich. Was ist falsch mit dir, Karte? Nimm mein Geld und f*** dich. Ach, komm schon. F*** dich. F*** dich. F*** dich. F*** dich. F*** dich. F*** dich. Mann. Hä, bin ich bis... Ich hab's noch nie verkackt. Leute, guckt euch den Kartentrick an. So, fällt hier nie wieder die Karte. Müsst ihr euch merken. Der Detektiv. Ich weiß nicht, wie gut Unge im Impostern ist. Wir sind wieder da. Erste Runde. Das Licht ging aus. Unge macht einen gefährlichen Sidestep. Wir gehen alle zum Licht. Vier Leute. Wir machen alle das Licht an, weil alle auf dem Haufen standen. Vielleicht war Killcode noch nicht ready? Glaub ich aber nicht. Er hätte da schon killen können. Aber wenn's ein Double Kill sein sollte, war's vielleicht zu gefährlich. Ein paar Leute gehen zum Admin-Table. Drei Leute stehen dran. Tipp mir einen Code ein. Unge kommt ran, weil ich weggegangen bin. Hau da irgendeinen weg. Gnu hat aber gesagt in der Runde, ja, ich hab gesehen, wie Unge das Licht angemacht hat. Das ist aber Quatsch, weil wir alle auf einem Haufen standen. Und das Licht war aus. Aber er war halt mit da. Ja, er war mit da. Er war mit da. Aber er wollte das Alibi haben mit dem Licht. Du hast ihn gedeckt. Und du hast ihn auch so ein bisschen protected, dass das nicht hätte sein können. Ich glaube, das sollte ein Double Kill sein. Und ich glaube, es ist Gnu. Und wenn wir jetzt Gnu rausschmeißen, haben wir eine richtig geile Runde. Und los. Na, Dalu muss dann aber von auf die Klampe hören. Ich hab nichts gemacht. Du hast jetzt grad zwei Leute eliminiert. Ich hasse dich! Jawoll. Stark. Der Noob. Habe ich einen fahren lassen? Ich hab einfach nur gepuscht. Mehr hat's nicht gemacht. Impostoren können einen fahren lassen. Wo ist es hier? Warum kann ich nicht nach unten? Achso, weil das Ding im Weg steht. Ach, ja. Ja. Was? Alter, kann ja... Hä, was? Muss ich jetzt mein Handy... Muss ich... Muss ich ein QR-Code eingeben? Oder muss ich das Handy nehmen? Warte, kann mir ja einer das Spiel erklären. Wieso komm ich hier nicht rein? Wah! Hallo da! Wah! Wah! Wie reportet man Leute? Wo ist das Emergency? Leute, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Hilf mir! Wieso kommt keiner zum Killen? Ich wär so gern mal mit Kaya im Poster. Ich glaub, das wär richtig süß. Alter, ich lebe ja noch! Äh, du bist eine Game 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 Game! Ich hab keine Ahnung, was ich gemacht... E-Rager Da hat auch mein Upload so bei 7,9999 Sekunden abgebrochen. Ganz gefährlich. AAAAAH! Ich fühl mich mit drunter und bring mich um, bring mich um, bring mich um! Ich hasse Mungas! Blau, hell, grün! AAAAAH! AAAAAH! Die Chatter Haha! Haha! Hahaha! Da pepper's is talking! Rose Hoodie. Z-MIR-MIR-MIR… Der Troll Ich stehe hier auf dem Van Oh, Karusen, hast du mich entverwenden? Was tust du? Was tust du? Mein Gott Scheiße Die Ehrlichen Also ich habe ja schon ein paar Mal mit Gnu gespielt Und ich denke mittlerweile, wenn man irgendwas nicht versteht Dann ist es meistens Gnu gewesen Okay, okay, okay Ich war bei Electrical Ich war bei Electrical Bin dann vor Ani zehnmal gewendet Und dann bin ich hochgelaufen, mal Blara gesehen Und dann habe ich Danu umgebracht Also ich weiß gar nicht Also Ich werde jetzt Gnu mal worten Aber ich verstehe nichts mehr Also ich verstehe es gerade auch nicht, Leute Was macht ihr denn jetzt? Ja, nehmt ihr es doch jetzt nicht ernst, was ich gerade gesagt habe Der mit der witzigsten Lache Hallo, meine lieben Freunde Warum? Aber du hast gespielt Blu, warum stehst du auf dem Loch? Die Geiseln Und ich bin wieder da Und ich bin wieder weg Und ich bin da Und ich bin wieder weg Äh, Paluten Paluten, ruhig bleiben So, ihr zwei seid jetzt mein Imposter Ich, ich nehme euch als Geisel Los, kommt Kommt Paluten, ruhig bleiben Paluten, nicht loslaufen Wir müssen ruhig bleiben Ich habe Angst Wir sind zu wenig Gnu Warum ist schon wieder Gnu? Bitte nicht töten Gnu Bitte nicht töten Gnu Gnu ist hier die ganze Zeit Nein Die armen zwei Wurststoßen Die haben voll Angst Ihr seid jetzt meine Geiseln Ab in die Ecke Die Doppelkill für Geiger Fiene, wir müssen jetzt ein Doppelkill machen Bist du bereit? Bist du bereit, Fiene? Bereits für Doppelkill? Bist du bereit für Doppelkill, Fiene? Bist du bereit für Doppelkill? Ey, Captain Hena, wir bleiben im Stack Weil es ist Fiene Wie kann Fiene den Doppelkill verkacken? Wie kann Fiene den Doppelkill verkacken? Wie kann Fiene diesen Doppelkill verkacken? Wie kann Fiene diesen Doppelkill verkacken? Oh mein Gott Wie kann Fiene diesen Doppelkill verkacken? Ich glaube es nicht Der Nachtragende Nice, nice, nice Das ist die Rache jetzt, Leute Das ist die Rache, ja Er wird mich verkaufen Ich weiß es jetzt schon Okay, das ist definitiv mal Luna Nee, Han hat gerade neben mir Grains weggemacht und wollte den Atmen wegwenden Nee, gerade noch gesehen Wait, Leute, ich darf nicht in den Doppelkill Er war nicht in den Doppelkill Selbst wenn wir die Runde verhauen Ist mir so egal, Junge Ist mir so egal Das Genie, das niemand versteht Also für mich geht das Spiel los Indem ich gucke, in welche Richtung rennt welche Farbe Dann achte ich drauf, welche Sabotage kommt Und welche Farbe müsste sich bewegt haben Wenn ein Report kommt, gebe ich gedanklich jeder Farbe eine Location Wo ich denke, dass sie gerade ist Und dann erstelle ich gedanklich eine Kopie einer jeden Farbe Wo sie im Reporting sagt, wo die Farbe ist Und dann gucke ich, ob der Radius sozusagen passen würde Als dass es realistisch wäre, dass er da ist Der Angsthase Nein, ich will hier nicht sein Ich gehe direkt hier wieder raus Nee, 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 nee Du bleibst hier mal schön weg Ich würde gerne mal Yu töten Einfach nur, um zu gucken, wie Paluten reagiert Wenn hier ein Mord passiert Nein, Paluten Paluten Ich laufe jetzt hier direkt weg Nee, 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 nee Paluten ist abgehauen von mir, da hat Angst Schön weg hier von der, von der Kranken Kommst du bitte mal mit? Ich möchte dir was zeigen Pelle, Pelle Ah nein, da ist wieder die Kranke Lass mich Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen Schreib mir gerne in die Kommentare In welcher Art du dich wieder gesehen hast Und welchen in diesem Video noch nicht vorhanden sind Lass gerne einen Daumen nach oben da Und über ein Abo würde ich mich sehr freuen Vielen Dank fürs Zuschauen Und ade mit E War schön Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal